hallo es ist eigentlich ein gefährliches tier doch es wird nicht mehr lange hier sein forschung ist die antwort wir haben vielleicht ein heilmittel dann wie den baryonics damit behandelt haben wir mehr und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge Jurassic World Evolution 2 wir sind in der Chaos Theorie vom Fallen Kingdom unterwegs und die sind mir gerade fantastisch in Wort gefallen vielen Dank dafür Leute beim letzten Mal haben wir hier einen Baryonyx zusammen irgendwie einsperrt der fühlt sich hier recht wohl und der hat aber ein Problem der leidet an so einer Krankheit und wir müssten die erstmal erforschen um da Abhilfe schaffen zu können und zwar infizierte Wunde wir haben Wissenschaftler wir brauchen vier mal Genetik und zweimal Wohlbefinden macht ihr das mal so wir haben es eben wir verdienen Geld wie Sau geil ja mit der Forschung ist nie dolle ne hier wäre nochmal was ja ok warte mal Personal genug Platz also müssen wir noch so ein Ding bauen können wir aber nicht richtig müssen wir es erforschen können wir Personal ist beschäftigt verrückt ok Tabulatur 1 und 3 1 und 3 denn mal los kannst du das auch 1 und 3 ähm oh oh dann macht ihr das mal zu spät so ok das sind alle Impfstoffe die wir machen können erforscht und wir sollten sofort mit dem Krankenwagen Richtung Baryonyx fahren dass der da keinen Stress erleidet ach wo ist denn der der so viel zurück da ist er na klar direkt steuern kehrt um aus dem Weg wir müssen hier mal lang ja wir haben in einer Minute einen Termin so ab nach dem Baryonyx drinne rein ähm wir fahren mal hier lang ich hab immer noch gar keine Orientierung in diesem Park ja ich hoffe nur da wird ja schnell wieder Tag das sind ja auch alles nur Angestellte oder das sind doch keine Parkbesucher so einmal hereinspaziert wo ist er denn komm raus na wo ist er denn da ist er doch hallo pennst du da gerade rum ne aber ab hier ich bin wichtig hallo mein Auto ist größer so nicht dass hier gleich Jeep Bedrohung steht da ist er guck mal so dann werden wir mal abknallen wa und zack und zack Treffer jawoll haben wir das auch erledigt so passt mal auf wenn wir auf die Mappe gehen ist bei den Kollegen alles orange fehlender Wald Komfort hier ist nicht so cool dieses Tier hat Charakter vielleicht wird es ruhiger wenn es ein besseres Gehege hat immerhin ist es dann vor dem nächsten Angriff ausgeruht ähm die haben kein Wasser dann müssen wir hier anbauen wir lassen die Gehege wir bauen hier nur an ähm dann nehmen wir hier die Botanik nach oben das ist jetzt nicht schlimm warte mal ja warum ist nicht doch ist Betonzaun oder ja so schön am Berg hoch dann machen wir hier noch weiter dann sind wir nämlich in der Lage hier ein bisschen Terraforming zu betreiben ok so wenn das gebaut ist dann die brauchen Wasser hilft ja alles nichts nicht dass uns die Kollegen hier verdosten die greifen nämlich schon den Zaun an siehst du die haben nämlich ja kein Bock mehr ähm Freiraum haben sie Wald und Beute da fehlt noch eine Futterstation hier mit Beute so noch ein bisschen Wald den kriegen sie gleich sobald jeder Zaun gebaut ist ne können wir nämlich hier die Pforte öffnen und dann ist alles gut hier ist noch nichts im Reparatur ähm nötigen Status quasi warte mal hier in der Täter Beobachtung da die greifen den Zaun an die sind ja wohl verrückt geblieben los baut mal den Betonzaun schneller bitte dann können wir dann nämlich hier schneller öffnen bevor hier nämlich so Sachen passieren die sind nämlich richtig stinkig alle Mann so hier gibt nochmal einen Weg dann können sie nämlich hier gucken mit die Augen so Strom haben sie auch nicht Junge Junge so hier sind nämlich richtig Zaun ist gleich fertig gleich könnt ihr rumspielen Leute denn ist alles cool und los gönnt euch ne ab jetzt muss es schön sein jetzt könnte euer neue Territorium hier am Berg erst mal vier Stück müssen es sein ja die dürfen eigentlich auch nicht stinkig werden weil oder ist er trotzdem hier am rum eskalieren fahrt sorgt sie dafür dass ein komfort von 90 haben die sind ja schon fast im links drin guck mal wie viel haben wir davon die können wir einsperren hier hi na klar sie freilassen und sie werden ihre differenzen ausräumen nicht ohne gewalt nehme ich an das ist die natur gewinne mit mehr starke intelligenz oder durch pure anzahl und wir haben uns bereits zu oft in diese gleichung eingemischt so siehst du wohl ähm sinucera dingsbums hier sind die ankylosaurus drin hier sind die stückimbo loch drin hier sind die allosaurus den müsst ihr doch jetzt perfekt gehen oder na ein bisschen wenig wald ihr sollt mal hier den Berg hochkrabbeln was mit dir ist da schon mehr passiert perfekt guck mal 31 32 perfekt so die werden auch nicht mehr ausbrechen sehr schön ähm hier fehlt statusprüfung weil keine toilette richtig stimmt das ja das geht ja gar nicht dann bauen wir da mal so ein ding haben wir hier vorne ranger an bord steht hier in der dorn rum ja der hat gerade nichts zu tun dann aber los so gehen wir mal gucken hier jetzt kloppen die sich hier auch noch ja ja so wir müssten die voneinander trennen oder ähm dass sie es im bildgebiet bequem haben warte mal können wir das hier abtrennen wie ist denn euer jehege hier zeig mal territorium doch können wir abgrenzen warte mal dann machen wir das dann bauen wir hier nochmal ein zöhnchen einfach hier durch ne wir machen das einfach so das geht so ein nicht identifiziertes leiden wir müssen euch wahrscheinlich voneinander trennen ne ihr euren stinkstiefel er ist voll am wegkumpeln hier ach der arme wie viel triceratops haben wir denn jod warte mal den weg den weg den weg drei triceratops drei sinucera ok dann machen wir da separate gehege das ist ja ja nicht schlimm dann müssen wir hier nochmal eine toilette rin bauen dass hier statusprüfung erfolgen kann so na so kriegt man den park natürlich auch voll ne ja kein problem so da du gerade nichts zu tun hast kümmere dich mal darum hier ist kein tor haha so warte mal wir bauen mal noch eins die gefällt mir nicht und ich werde speichern hier kommt regen kann nicht unbedingt immer von vorteil sein so nicht dass hier so dinge passieren ähm ist bei euch hier noch alles klar zufrieden 100% perfekt hier wohl ihr seid betäubt da werdet ihr abtransportiert triceratops kommt hier rüber naja da kümmere ich mich doch drum ne dann haben die halt keine koexistenz sondern jeder hat sein einzelne diehege so wie sich die die hört ne in der freier wildbahn sind sie ja auch immer alle hier trennt voneinander so wie das sein muss äh wir holen den krankenwagen wir sollen mal gucken was hier passiert ist so die werden weg helikoptert und dann mal gucken mal gucken was mit dir äh pflanzenfasernboden fehlen dir pflanzenfasernboden 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 da haben wir sie doch so mach den bauch mal richtig voll ne ja guck mal kohabitation hat bald ein ende deine kollegen die werden sich hier verdünnerisieren komfortabel ist es jetzt schon über 90 ne die kriegen wir doch locker hin ne wasserwaldpflanzen fasernboden na bitte sobald die raus sind ist alles schön und da ist da ist ein zippelzaun der kann weg so fahrt ihr schon mit der schienbahn betriebsbereit das ist aktiv ok hier ist noch zaun der defekt ist wir könnten ja schon mal anfangen hier zu reparieren weil ich könnte mir vorstellen hier kommen noch viele viele dinosaurier dazu jo hier ist ja kein Weg dran was ist das denn so die hotels laufen hier ist noch echt viel kaputt ne warte mal der hat ja auch gerade ein Stuttum so wie es aussieht dann repariert der mir die Sachen hier eine Verletzung zeig was hat er denn oh können wir reparieren guck mal den schießen wir mit dem Pflaster an so der Kollege ist wieder heile und den müsste doch eigentlich perfekt guck mal wie den Judit na da werden wir mal bei den Triceratopsen noch vorbeischauen weil das in hier Phase ähm bildet gerade Territorium dem fehlt ein bisschen Wald da können wir doch nachhelfen guck mal her du kriegst hier Wald hier oben ja so machen wir mal schön voll da so und du willst Pflanzenfasern Boden na denn aber ran ne machen wir mal so richtig schön voll dann kannst du ordentlich rumfressen so und perfekt siehste Mission erfüllt ihr könnt mir vorstellen da kommen gleich die nächsten Dinos ähm wir sollten vielleicht gucken dass wir hier doch irgendwie schaffen nach und nach alle zu reparieren hier steht ein Ranger im Depot das ist natürlich toll eins zwei drei Gyrosphäre ist am rumbrennen okay so in zwölf Sekunden kriegen wir wahrscheinlich neue Aufgaben aber wir haben zwölf äh 16 Millionen alter wie kommt denn hier die Ascherin 500.000 Ehre ist doch voll geil ah wer bist du oh ne denkst du du kannst sie finden wenn sie lebt dann finde ich sie auch sie lebt daran glaube ich ich hoffe wirklich du hast recht Claire na dann nehmen wir mal ein Raptor jagen war oh warte mal kann ich weit weg sein da okay ah stimmt wie ein auf Spurensuche eigentlich voll geil gemacht ey warte mal hier wird es wieder größer analysieren saucherspuren gefunden wir müssen da lang naja guck mal das Symbol wird immer größer da oben in der Mitte wenn wir mal genau drauf zu fahren der wahrscheinlich der Holzstamm wieder ja jetzt hier lang ah das ist cool richtig so eine Mini-Quest irgendwie ich mag das oh da liegt was haben wir da eins totes Reh da nicht identifiziertes Leiden Schicke dieser Saurier Blue ist aus mehreren Gründen wichtig sie hat eine gute Beziehung zu Owen Grady und sie ist zu einem gewissen Grad trainiert aber sie ist immer noch ein Velociraptor wir wissen ja wie die sein können und müssen sie im Auge behalten bringen sie Blue in ein anderes Gehege und behandeln sie sie wie ihr eigenes Kind ich meine das ernst wir brauchen noch mehr Raptoren so na warte mal wir holen den Krankenwagen her in Basis guck dich das an oder wollen wir die erstmal einsperren warte mal haben wir noch ein Hege was funktional ist hier unten wäre was ähm alle anderen sind schon in Benutzung quasi okay das hier wäre freiheit ist recht groß hier ist bis auf das Tor hier hinten eigentlich alle zu weit heile das ist die Frage wollen wir das umbauen machen wir hier ach warte mal da schmeißen wir die hierin weil das die Hege wäre heile komplett dann würde ich vielleicht mit Betonwänden weitermachen bei Raptoren will er keiner draußen rumlaufen haben ne ist ja klar ersetzen ein nee Beton was ist denn da los sag mal Raptoren gehören hinter Beton ja könnt ihr euch merken ist so die machen nämlich nur so Sachen die meisten kein Spaß machen so theoretisch wenn die viecher sich wohlfühlen dann ist das ja auch kein Problem aber so ne dann wird hier erstmal fleißig gebaut wir könnten ja schon mal vorbereiten so haben wir noch ein Ranger Team jawohl beide sind am Start dann machst du das danach hast du noch zwei Aufgabenpunkte frei für das und für das dein Kollege macht gerade ja nischt also habe ich für den auch noch weitere Aufgaben zwei und zwar diese so diese Tor da hinten ist noch defekt wenn wir das reparieren dann ist hier alles schön oh brauchen wir vielleicht noch mehr Ranger unter Umständen werdet ihr ja nicht dumm oder wir haben ja Kohle ohne Ende theoretisch wird ja ja kein Problem mach da so Pferderad Strom haben sie auch hoho so wie weit ist denn die Hege hier mit einem Betonzaun bauen okay die sind hier gerade dabei ja auch Gott hat dauert ja ewig wo ist sie denn da Eier herum verletzt was hat sie Blutempfänger brauchst sie na warte mal oh wir können die ja in der Zeit betäuben und dann in die Paläomedizinische Anlage stecken und solange wie die da durchrepariert wird könnten wir hätte die Hege bauen so warte mal du hast noch gar keine Aufgaben daher oh was ist jetzt los Aufgabe hinzufügen so reparieren 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 dann wäre der Park doch theoretisch heile nee hier ist was kaputt und du kannst da hinfahren so dann sollte aber eigentlich alles laufen oder ist Blue schon betäubt glaube ja da liegt sie rum okay Transport von hier in die Paläomedizinische Anlage so wir brauchen fünf Wohlbefinden das kannst du alleine machen alles klar in der Zeit wie gesagt wo die repariert wird sollte eigentlich die Hege langsam fertig sein mit bauen dieselbitten Betonzaun hier gerade am Berg okay wir müssten hier noch vorbereiten immer eine Kotelettbar und was zum Einfangen okay Wald ist am Start Wasser hat sie Freiraum hat sie hoch wäre eigentlich ein muted die Hege hier wäre auch nochmal eins hier oben können wir leider nicht bauen warte mal der Park au wir sind komplett ausgebaut naja gut dann haben wir noch wie viel Freie Hege zwei nochmal gucken was hier noch kommt hier hinten könnten wir nochmal was anbauen oder wir stopfen die zusammen die Triceratopse könnten wir vielleicht hier mit drin schmeißen noch warte mal was haben die hier für Bedürfnisse eigentlich Blätterboden Früchte Boden ähm warte mal ne das ist schlecht was wollten ihr hier eigentlich hier haben wir noch ja nicht geguckt was die wollen oder wo sind die drei Kollegen Blätterboden mit was wollten ihr Ankylosaurina warte mal ihr wollt Blätterboden Blätterboden und ihr wollt hier ihr habt hier was wollt ihr Blätterboden oh ich glaube wir haben neu die Hege freigeräumt Ranger Hubschrauber betäuben 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 dann stopfen wir die in eh die Hege und dann haben wir hier nochmal ins frei ne 19.000 äh 19.000 millionen meine Fresse jo sind die Hege fertig sind die mit dem Zaun bauen durch das sieht gut aus oh das sieht sehr gut aus dann können wir ja den Raptor hier reinschmeißen okay wird gerade repariert oder ja ist am tun da guck da liegt sie wird erstmal wieder zusammengeflickt mit ein bisschen Kleber und eh ne kleine Mullbinde und so ne ja okay sehr schön warte mal sind die schon betäubt hier die drei wo sind sie denn wo waren sie denn wo sind hallo hier äh in den ankylosaurus die Hege sind doch die Kollegen hier ne so und so und auf die Insel genau hier sind doch die ankylos drin ne 1 2 3 4 5 ja genau perfekt alles klar warte mal mögen die das auch mag nicht naja passt sehr cool sollte funktionieren problemlos warte mal was ist denn hier noch alt kaputt sag mal na hier können wir nicht machen ne schade 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 können wir dann abreißen ne hier kommen wir noch nicht ran so großartig ne wir könnten den abreißen ist bestimmt noch missionsrelevant von daher warte mal der raptor ist fertig transport jetzt bitte in die richtige Hege uns alle dunkel ich sehe ja nicht welche wandelt sind hier wartet na nimm mal los bin gespannt jetzt so können wir das reparieren ja tut das nämlich kaputt die sind die alle übelst am rum brennen geht nicht schade sehr schade so da ist der heli ja produkttransport wird durchgeführt schön wie der WT dunkel ist man ey ich kann ja nichts sehen so egal ähm die Stigimo Dingsbums sind eigentlich alle da und denen müsste nicht fehlen in der wald ernsthaft na mach mal dein territorium fertig wie ist denn das hier bei den ankylosaurus da ist doch eigentlich hä die sieht man ja nicht wo sind denn die Dinger hier ist Ena Freiraum na warte mal die sind doch hier oh guck mal perfekt das bisschen Wald haben wir auch schon die machen sich hier jetzt schön und dann ist es toll so wie in ein sicheres Gehege naja sind wir doch dabei da kommt sie gerade angeflogen und dann ist doch alles schön na oh Junge also von mir es kann wieder hell werden ich hab's mit der nacht nicht so da sind zwar die Videodateien klähen aber man sieht halt einfach rein ja nischt und dann auch noch echt wenig so da kommt sie bitte an Helikopter mit Blu stimmt etwas nicht sie braucht einen medizinischen Scan so wie gestern ein Team ist auf dem Weg sie muss durchhalten alles gut bei dir ist sie in sicheren Händen okay was war das Tyrannosaurus Spuren alter geil wir haben von ihrem Gehege aus überwacht die Wissenschaftler denken dass sie das Problem eingegrenzt haben was ist es eine Blutinfektion sie braucht eine Transfusion woher denn es gibt keine anderen Raptoren ein T-Rex nun das ist anders ich verdanke Blu mein Leben das war dein Training ihre Loyalität hat uns gerettet und jetzt kann ich mich bedanken das ist das Mindeste für eine Freundin auch wenn sie 65 Millionen Jahre alt ist wo finde ich also ein T-Rex irgendwo hier haben wir doch so ein Ding bestimmt da liegt wieder was Tote drum da vorne dieser T-Rex ist eventuell bloß Lebensretter ich überlasse ihn ihnen lassen sie ihn im Gehege nicht aus den Augen denn er wird das auch nicht tun ich sehe die Hege führe bei dir einen medizinischen Scan durch naja machen wir doch wir holen den Krankenwagen auffüllen was ist denn hier los Aufgabe hinzufügen guck dich das an den T-Rex den müssen wir einsperren wir brauchen der Gerät der braucht aber ein großes Gehege oh wir haben das nicht mehr frei wir hatten noch das da ähm warte mal doch das hier müssten aber ausbauen ich glaube Stufe 4 Sicherheit Sound geht klar wenn der sich wohl fühlt macht der Kind Spirenz das Ding ist ich weiß halt nicht was noch viel Viehzeug kommt ne ah nein hier ist Betonmauer ersetzen ein betäugen dann lassen wir hier betäugen da wo betäugen ist bleibt betäugen ähm wir machen dann hier weiter mit ersetzen ein dann haben wir okay muss erst mal noch gebaut werden ne wo bauen die überhaupt gerade glaube ich hier hinten ne ja da sind sie gerade bei okay t-rex nicht diagnostiziert leiden der jeep oder mal der krankenwagen fährt durch die hege was für ein idiot der kann doch hier langfahren ist doch kürzer aber es wird hell draußen leute haha so wir bereiten quasi gerade der t-rex die hege vor die würde sagen wir machen hier schon mal eine toilette rein so haben wir hier ein ranger team vor negativ wo treiben die sich alle rum dann nehmen wir das von hier hinten das fährt gerade los na eine aufgabe kriegt er noch der kann da ab und zu mal vorbeigucken so da hier gerade fleißig gebaut wird hätte ich aber gesagt wir machen hier nochmal ein umspannwerk hin und ziehen uns die ganze Kabelei nach da okay der hat was hat der betäube den t-rex und bringe sie in die paleomedizinische anlage na klar dort sammeln sie ihr blut für die transfusion hoffentlich verlieren wir dabei keins also von unserem blut na sieht gerade anders aus der t-rex wollte gerade verkloppen spielen ähm gut der heli kommt und ich würde sagen hier fährt strom so wenn ihr die gebaut wird dann solltet aber laufen oder okay hier ist der zaun noch am werden na bitte so guck mal die letzten züge sind hier am tun so ist erledigt okay der t-rex ist betäubt den leute da fällt er gerade um mega verwackelte bild so da liegt er da so dumm rum der hat ja ein schönes löcher überall dran beim nächsten mal ja die zeit ist schon wieder ran es tut mir leid beim nächsten mal bringen wir den in krankenhaus und dann schauen wir mal was daraus wird ich hoffe wir können den behalten dann stellen wir den in seine hegel rin und dann kann man sich den angucken oder das ist ein cooler plan also bis dahin mach die quatsch renne hauen